Oh! Nö! Das hat kein Problem, man! In der Ecke wie so ein Mülltonnen-Experte! Nö. Direkt was gefunden. Ready! Get ready for the next round. Ich spiele nie wieder mit Linkrad. Die Maus ist viel besser wo ich hatte. Ja, stimmt. Natürlich, aber das Lenkrad ist auch nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ja, natürlich. Also bei Spielen wie Tennis oder sowas bevorzuge ich auf jeden Fall das Lenkrad. Tennis ohne Lenkrad ist klar nicht. Dat muss richtig connecten, Digga. Also da... Ne. Es ist nicht mit Maus zu spielen oder so. da muss das lenkrad richtig am steuer sein aber richtig ja das muss wieder sprudeln genau richtig wenn es nicht sprudelt das ist nicht gut das ist genauso wie wenn du cola ohne kohlensäure trinkst das gleiche wenn man poko lieber ohne gleitgeben machen würde obwohl manche stehen darauf ich sehe jetzt schon dass wir hart gewinnen und jetzt ist die welt und einige schöner gepoppt wie man haben wir keine perücken auf nicht wahr heute sind wir frise frisch gestylt sneakers jetzt in weiß nacken neuer benzer arme aus dem fenster baller mit der mk4 aktiv der auf dem spielplatz gespielt hat auch von einem tierpark an ein neues lenkrad ja tony casper live live im tierpark ja wir machen ja wir machen das ist doch schon wieder nicht viel alter bist du wieder zerrupft da oben aha habe ich dich du pisser mann oder kommt man ja nicht mehr hoch so ein bisschen auf die nase das sollte eigentlich ein zitter werden naja naja ok aber immerhin ist beides ja was essbares also eigentlich habe ich schon richtig verstanden woher weiß ja dass ich auch da komme ich habe noch nie irgendwie geschossen oder so wahrscheinlich hat einfach einfach das ist die wand geguckt das ist einfach schon wieder lächerlich rollstuhlfahrer na digga jetzt ficken wir jetzt jetzt werde ich aggressiv die kommen eh bei uns alter die fressen jetzt so die headshots ohne ende jetzt hier wie so ein oma lift hier hoch es ist nur einer b oh nein nein das ist schon der mit 10 ap ahaha nice nein ich habe veräumt ich bin Hurensohn mein lenkrad ist schon wieder disconnected vor allen dingen die plänten die plänten äh b ne ja aber kein Alauf also das Huhn ist bis nach istambul geflogen schon wieder das hat's doch verdient ne ah da ist bestimmt Bombenwetter jetzt digga wo ist meine waffe oh Gott muss er seine waffe vergeben ne ich habe meine waffe verkauft ich habe ihn er oh, ich ich hab den armen schützen einfach warte 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 ich muss nachladen oh Gott wir können da komm, neiiiin wie er leck man nitte, Alter, doch was für du wohnst du nicht so drauf ich, ich forzt jetzt voll ich muss leider B gehen guck mal dieser blöde Bob go B Alter hat mich angeschossen, dieses drückliche keine tue da war der Frick grenada go B Äh, schön mal den Mate geflossen, der Dreckbock. Haha, stupide. Haha, stupide. Das ist so unsere Runde. Oh mein Gott, so geflossen. Johnny, gib Vanoche, bitte. Haha, Johnny, gib Vanoche, bitte. Nice Knife. Äh, die kleinen putzigen Russen, oder? Die kleinen putzigen Russen, oder? Oh Gott, das Boot ist geplatzt, Mann. Ist das okay, guys? Da war zu wenig Popo lieber im Spiel, ganz einfach. Okay. Oh, schön, der Mate hat den da oben. Das ist natürlich sehr, sag ich mal, zum Vorteil. Kommt da. Oh, ging die Tür gelaunt, ich hab's genau gesehen, Caspar. Ja, das ist schon so, wenn das Linkrad hier mal ein bisschen am Strugglen ist. Ja, wenn die Verbindung abbrichst, weißt du? Du darfst halt nicht so viel Gas geben, ein bisschen mehr Kupplung kommen lassen. Ach so. Ja, kein Wunder, dass ich den Parkplatz empfinde. Haha, der ist halt auch dann ziemlich weit weg. Nein! 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 Wo bist du, wo bist du? Geh ein Stück zurück! Ich hab aus Versehen ein Textfeld gedrückt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also einer ist hinten an dem Ding. Hier ist, hier ist einer, hier ist die. Höhen und der andere ist hinten links. Höhen und der andere ist hinten links. Höhen. Oh Gott, alter Verwalter. Oh Gott, 900 HP. Vorsicht! Ich wusste, dass du's machst. Ich wusste, dass du mich neilst. Ich weiß, dass wir uns ja sonst immer neifen, deswegen hab ich's extra gesagt. Aber gut, ich sag's mal so, wir haben ja gewonnen. Ja eben, da kann man sich schon mal ein Späßchen erlauben. Boah, fang beide, beide um. Oha! Nice! Das sind aber noch zwei in der Partners. Nice! Das war, das war unsere, unsere Team-Take-Attacke. Der letzte ist hinten bei den Scheißen. Älterle. Komm, holt ihn euch! Du musst da runterspringen mit deiner Fiske. Was war das Trickshot? Oh Gott, der ist da, ich war! Oh! Irgendwie ist er schon tot! Der Trickshot war richtig fett, man. Ich hab richtig geschwitzt, wenn du guckst. Ja? Schon Face-Epic-Lan oder so könnte ich sagen. Das war richtig Face-Kabam-Kazam. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice, Kasper! Guck wie du abgehst, komm schon. Noch einen. Es sind nur noch vier, Kasper. Oh Gott! Oh mein Gott! Der stand ja schon mehr! Das waren drei Stück noch. Oha! So, jetzt guck ich mal da lang ab. Mal sehen, ob der wirklich da rein läuft. Wenn der das wieder weiß, dass ich da oben stehe, dann hat er Angst. Der hat er Angst. Mehrfach. Dann pupse ich ihm ins Gesicht als Betäubungsgranate. Dann brauche ich kein Rauchflash mehr. Jaja, da kommt was. Weiß natürlich, dass ich da oben stehe. Ich fixe jetzt. Ich fixe doch nicht, Mann! Er hat noch 66 auf den Ahnen. Er rennt zurück. Hier wird wieder B, ne? Oh, der hat den... Ah! Einer hat noch so viel drauf. Hier kommt Banane. Oh Gott, war das gar eben fett! Johnny war das fett. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dreh dich um, dreh dich um! Johnny! Don't play the pit! Ich... Der war vor mir! Ich glaube er geht mit! Alter, geil! Ah, der ist noch da! Sicher? Da, ja, ja. Oh mein Gott, Johnny! Alter! Diese Intuition! Oh mein Gott! Alle sagen, it's a! It's a! Und du bleibst da stehen! Oh no! Heftig, oder? Alter, das war übelst, Mann! Einfach gewartet, gewartet, er hat sich ultra sicher gefühlt, dann BAM! Richtig fett. Die Intuition einer Frau, Johnny. Muss man schon sagen. Da kommt's raus. Ich, ich, ich steh halt auf lange Dinger, die lange Läufe besitzen. Oben in deinem Zimmer ist jemand. Mami! Da ist einer in meinem Zimmer! Ja, der ist, der ist jetzt im Dark Room. Oh! Alter, dieser Ficker, Mann! Er hat noch 32, eh, 22 und... Ich hab ihn genau getroffen, das ist natürlich sehr... Oh mein Gott! Mauli, Mauli! Ich komm, die erste Schaffee! Alter! Mich hat sie auch in den Weg geklatscht! Mausebein! Der könnte, der müsste gleich, der müsste es sehen noch. Ah! Scheiße! Hinter dir, hinter dir und an! Nein! Oh mein Gott! Das war edel! Die Runde müssen wir jetzt noch holen, ey. Das wär, das wär gut. Das wär richtig gut. Weil dann haben wir schon mal... Come on, come on, jump, jump! Gut was. Wir holen sie jetzt, wir holen sie jetzt, wir holen sie jetzt. Ah, Bombe ist wieder B. Und, äh, hinter dir, äh, könnt ihr wieder kommen. Er wird grad abdrücken, Digger. Ich fahr grad ab. Er ist down, er ist down. Ach du bist, du lebst aber noch, oder? Ja, ja. Ich, ich hab' ihn gehittet, den mit der Awe. Den Hatcher geh... Oh, nice, teammate! Ich würd grad sagen, Alter, ich hab' den mit dem Dings, mit dem Dread geholt. Ah, nice, Bombe ist down. Fit, Bombe ist down, Alter, gib mir die Awe, du hässlicher. Ah! Okay, er kommt irgendwie doch nicht von City, vielleicht kommt der Banane. Naja, komm, City. City war ne Flash. Warte, Digger, der soll safe spielen. Komm, 3, 2, 1. Alter. Alter. Da kam das Arsch raus, so ein Sprudel, Digger. Da, da rechts steht da schon, der Gegner. Oh Mann. Okay, wir machen einen ultramäßigen A-Rush. Das ist so krass. Also, zwei sind definitiv da, ne? Also, es können drei sein. Einen hab' ich übelst angehört. Bombe, 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 bombe. Bombe, bombe, bombe. Einen, komm, bitte. Einen, komm, bitte. Komm, ich hab' bessere Selben. Ich hol' ihn mit zwei Kugeln. Nein! Hilf mir, hilf mir, Baby. Achtung, ich will nicht erschießen. Wie du ihn jagst, wie du ihn jagst. Der hat nix mehr. Komm, hol ihn, hol ihn. Der hat nix mehr. Alter, ich hab' ihn nicht getroffen. Ich muss ja weg. Okay, okay. Aber, Digger, ich hab' zwei geholt deswegen. Ich hab' einen geholt, aha. Helf' mir mal. Moment, Moment. Was richtig? Ich seh' ihn halt nicht, ne? Weil ich auf'n Balkon chill'e. Der ist unten. Ja, hol ihn. Ach, Digger, ich hab' dich aufgeholt. Ja, unsere Teammates, guck dir die an. Die sind nicht wirklich gut. Ja, guckst du dir an. Das ist echt hart, oder? Mit solchen Nukes zu spielen. Der wird, der Benis, um einiges länger. Oh, oh, oh. Ein leichtes Spiel kann jeder gewinnen. Ja, aber ein schweres Spiel. Können nur die guten verlieren. Das hast du einwandfrei gesagt. Das hast du schön gesagt. Dankeschön, dankeschön. Ja! Einer ist down. Schön. Aber was hat man denn für ne Waffe gehabt? 94, ne? M4, M4. Die liegt aber nach oben. Ey! Er hebt automatisch die Waffe auf! Oh, my God! Oh, no! Ich hab' die Scheiß-Einstellung wieder nicht drinne. Ich werd' bescheuert. Alter, stirbt doch, man! Oh, my God! Geh' hin. Was ist mit dem los? Echt nur noch 20 AP. Alter! Okay. Ihr geht auf B, hab' ich gehört. Nice! Oh, Gott, wir verschieben. Oh, no! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Alter! Wie viel klatscht du, man? Geht auf jetzt! Ja! Alter! Wir haben sie gebumst, man! Hart! Alter, ich hab' zwei Headys mit dieser hässlichen Scheiß-Schaubsauger-Waffe gemacht, Alter! Weggeföhnt hast du so... Ey, ich hab' nicht mal zwei Schüsse gebraucht, Alter! What the fuck! Nicht mal zwei Schüsse für zwei! Alter! Collateral durch den Kopf! Ja! Nice! Schön, Alter! Ja, Alter! Die Headshots, die ich grad' reinbrumme, Alter! Ist mit dir los auf einmal, ey! Und jetzt ist das Leben um einiges schöner geworden! Weed is my Chief! Der nächste bei Donny Caspar! Wie denn? Ich hab' seinen Polo nur kurz gesehen! Der Polo reicht halt nicht für den Kill, Donny! Krass, aber ich komm' zu dir! Ich komm' zu dir! Ich hol' die Bombo und es geht dann wieder! Nee, er ist sofort da! Warte, warte, warte! Ich hol' die, ich hol' die, ich hol' die! Und dann gehen wir gleich! Geh, 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 geh! Er kommt, er kommt, er kommt! Er ist geflasht! Nice, Alter! Wie du geklatscht hast! Hast du nicht geflasht, meiner Flash? Nee, ich hab' nach unten gekusscht! Oh, nice, Digger! Yeah! Saugeil, Mann! Oh! Hey, Vorsicht! Geh, Vorsicht! Willst du wieder einschlagen? Oh, herrlich, Alter! Wie du geklatscht hast, Mann! Get ready for the next round! Alter, das war schon heftig! Wie der so wie Gargamel durch die Smoke gerannt ist! Und dann ist er wie Schlumpfhausen dort einfach weggeklatscht worden! Mit allen Schlümpfen unter ner Kuppel! Die hat er alle dabei gehabt! Du hast die ganze Zeit gefickt! Schlumpfine will, glaub' ich, jetzt, äh, was, äh, der, ne, schenkt! Und zwar ihre Jungfräulichkeiten! Achtung! 2 Minutes, 2 Minutes! Komm, Alter, komm, Alter! Oh! Nice! Oh, Mann, Alter! Das dauern! Komm, hier, ein bisschen, schalte drauf! Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ja, geh, schalte drauf! Dass er uns nicht kriegt davon hin! Ich hab' nur noch 29 AP, Digga! Du musst hinter mir decken, ich muss planten! Plant direkt, plant direkt! Grow in a decoy! I am throwing smoke! I am throwing a perfect! Ich hab'n geflasht, der ist geflasht! Nice! Nice, Mann! Okay, okay! Lass mich! Posi wechsel, Posi wechsel! Warte! Nein, der kommt doch schon! Bleib sitzen, bleib sitzen! Ich hab'ne Flash! Nice! Digga! Alter! Ich hab, ich hab' no life! Ich hab' no life! Ich auch! Ich auch! Alter! Oh no, Alter! Heftig! Richtig gebumst! Und jetzt ist mein Penis um einiges länger geworden! Komm, spring einmal da durch, Alter! Komm, einmal! Oh! Nice! Ich krieg sie direkt hier vorne hin! Okay! Wenn die saven, wär das schon cool! Oh! Höhen! Alter! Das hat Problem, Mann! Komm, da kommt er! Nein, der kippt mir direkt! Kriegt er aber nicht mehr, kriegt er nicht mehr! Ist unsere Runde! Ey! Ich hab' ihm nur A26 gegeben! Oh! Oh! Digga trifft die ganze Zeit nichts mit seiner Afe, Alter! Und dann holt der die Desert Eagle raus und trifft! Ich hab' die Bombe sogar! Nice! Okay, okay, nein! Ich hab's! Ich hab's! Ach, du bist lila! Genau in mir, äh, du wolltest schon mehr Popo libeln, ne? Ich wollte ein bisschen... Ich hab' schon die Hose aufgemacht, aber du hast es gemerkt! Du hast es gemerkt! Ja, ich hab's schon leicht gespürt! Oh, Digga! Der hat mir Instant Headshot gegeben! Acht! Aber du lebst noch, ne? Aber du lebst noch! Nice! Okay, wenn der lang kommt, ist es ein sicherer Tod, weil ich da dann abgucke! Das ist schön, wenn der safe! Das ist sehr schön! Komm, dann safen wir zwei auch! Ich bin hinter dir! Oder bei dir! Ich hoffe, ich krieg' keinen Schaden, ne? Oh Gott! Doch! Du riechst, glaub ich, Schaden! Oh Gott! Geh ganz in die Mitte! Nice! Ja! Ich hab' mein Arme wieder heben! Wie ist das aus?! Du hast dich einfach zur Ruhe gesetzt! Naja, Johnny Casper braucht mal wieder ein bisschen Schlaf! Komm, wir können das schaffen, Digga! Wir können das echt noch holen! Nice! Nice! Das war doch kein Bot! Wahnsinn, bisschen! Langstisch jetzt! Nice! Einer ist da! Ja! Oh Gott! Nice, Digga! Ich komm' schnell zu dir! Es sind nur noch zwei! Es sind nur noch zwei! Komm, wir gehen direkt mit den Mates mit! Das hier! Was?! In der Ecke! Wie so'n Mülltonnen-Experte! Tja! Digga! Der hat mich weggesaugt! Ey, ich hab' einfach aus so Reflex geschossen! Mein Penis ist um einiges kleiner geworden! Scheiße! Scheiße! Das ist gleich, gleich, gleich! Aber der hat sieg! Sieg! Ja! Ja, Mann! Hinter diesem Kasten! Hinter diesen... Nicht da! Oh Gott! Der Mates ist echt der größte! Ich hab' nur noch 8 Tapis hinter uns! Jetzt! Jetzt hat das ausgenutzt! Was macht der? Oh, die! Nein! Das war keine AWE! Was war's? Keine AWE? Warte, ich geb' dir eine! Geil, aber noch nicht werfen, Alter! Nicht, dass der die bekommt! Ey, wenn die AWP kein Glück bringt, dann weiß ich auch nicht! Das bringt ultra viel Glück, die es bringt! Nein! Er gibt mir den Freak! Johnny! Oh Gott! Johnny, ey, wir haben schon zwei verloren! Unseren besten AWP-Schützen und irgend so'n Dödel! Der Bombe wahrscheinlich... Oh Gott, anscheinend gehen wir B! Ich weiß wieder von nichts! Okay, lange! Alter, ich hab's so veraimt! Kasper, hättest du's gesehen, du hättest mich ausgelacht! Holst'n dir jetzt, Alter! Geh von hinten rum! Ich glaub' ich glaub' nicht! Oh mein Gott, er ist schon da! Jetzt musst du gehen! Jetzt geh, 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 geh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! BG! 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 BG2! Nice! Oh Gott! Oh Gott! Alter, ich war unglaublich angespannt! Du wirst nicht laufen! Aber nice gemacht! Schön! Es fehlt uns noch ein Sieg, Digga! Okay, komm! Ey, den holen wir! Wir haben uns den Ultra erarbeitet! Wir holen den holen wir uns jetzt über A! Ey, mein Arschwasser sprudelt richtig heftig! Ey, meins ist schon irgendwie in meinem Gesicht! Okay, komm schon! Fuck, der gibt mir einen! Der ist ein Kaffee, äh, Apartment Spawn! Das wird's! Ich hab zwar nicht dazu beigetragen, aber das wird's! Oh Gott! Schade! Der ist, der ist oben! Der ist irgendwo! Vielleicht kommt er da hinten! Nein! Nein! Johnny, du hast ihn gefickt! Alter! Nice, Digga! Das war der Sieg! Das war der Siegeskill! Digga, das war der Sieg, Digga! Einwandfrei! So, Kinder, ihr wisst Bescheid! Daumen hoch, sonst könnt ihr morgen möglicherweise ganz unangenehm, ähm, versterben! Also durch zum Beispiel, ich weiß auch nicht, äh, übermäßig viele Zahnbürsten im Mund! Zur gleichen Zeit! Oder sowas! Ja, schaut auf jeden Fall bei Johnny vorbei! Ja, äh, abonniert, äh, favorisiert, bedäumelt ihn und Kommentare und was weiß ich alles! Ja, ähm, das gleiche Video gibt's noch aus seiner Sicht mit seinem eigenen Schnitt, mit seinen Highlights auf seinem Kanal! Ja, also, viel Spaß! Macht's gut! Wuhuuu! Bis zum nächsten Mal!